So Jungs, keiner bleibt verschont. Du bist der Erste! Jungs! Oh du! Martin! Nein! Nein! Ruhe! Hopp, der Nächste! Echte Kerle spenden nicht nur Applaus. Spende Blut beim Deutschen Roten Kreuz. Der Nächste, hopp! Ich hab's nicht so eilig. Wollen Sie nicht lieber vor? Nun gehen Sie schon die Feichlingen.